das nächste dorf mein großvater pflegte zu sagen das leben ist erstaunlich kurz jetzt in der erinnerung drängt es sich mir so zusammen daß ich zum beispiel kaum begreife wie ein junger mensch sich entschließen kann ins nächste dorf zu reiten ohne zu fürchten daß von unglücklichen zufällen ganz abgesehen schon die zeit des gewöhnlichen glücklich ablaufenden lebens für einen solchen ritt bei weitem nicht hinreicht ende von das nächste dorf diese aufnahme ist in der public domain so so so